So, ho, ho, da geht's schon weiter. Ja. Ich hab's schon wieder so gesagt, ich wollte mir das abgewöhnen. So. So, da sind wir wieder. So, da geht's weiter. So, da machen wir auf Schmiede los. Also, wir werden zwischendurch... Ah, fuck, man. Hey, du, das konnte ich jetzt nicht ahnen, das tut mir leid. Aber du bist noch Game Mode 1. Ich war noch Game Mode 1. Wir sind gerade ein bisschen rumgeflogen, unter Wasser hier. Und haben uns die Scheiße mal angeguckt. Das ist schon ganz schön lebenslos. Ich wette, gleich fahre ich zu den Spinnen rein oder sowas. Gebe es dich gerade runter? Ja. Ich hab keine Erde mehr. Keine Erde. So. So. Okay, da sind die Spinnen, da mach ich mal zu. So. Beste Junge, ich hab schon wieder so gesagt. Du ahnst es nicht, wie tief es hier runter geht, Bob. Doch. Das scheiß tief ist das Meer. Das hat mehr so an sich. Uh, 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 uh. Ich bin schon wieder am Ausheben. Ja, ich mach's jetzt auch so wieder. Ah. Was war? Ich bin runtergefallen. Ist du denn schwimmen? Ja, aber nicht rein. Oh, Moment. Oh, Moment. Nee, Spaß. Bei uns gibt's kein Oh-Moment. Oh, Moment. Oh, ich bin tot. Nein, doch nicht. Was lach war ich? Ich bin tot. Was labisch, du? Ach so, okay, du. Wir haben immer leichte Tonprobleme. Minimal. Das geht auf keinen Fall auch auf unsere Nerven. Nee, nee. Wir haben immer Spaß dran, das den ganzen Tag einzustellen. Am liebsten würde ich das den ganzen Tag machen. Ohne Mist. Wir müssen aufpassen mit dem Graben, weil irgendwann... Ja. Ist unter uns plötzlich... Ist unter dir plötzlich keine Erde mehr und dann fällt's rein. Jo, du. Nett sogar. Oh, ich hab keine... Hast du eine Schaufel? Alter. Alter. Warte. Ich musste grad mal hier... Nee, du. Die hab ich in der Hölle abgelagert. Classic. Das war eine Treppe hoch, du. Jo, du. Ich wollte nur mal kurz vorbei. Ich grab' dann hier unten mal die Erde ab. Ja. Bloße Hand. Nee, mit einer Schaufel. Wo ist die her? Crafted. Crafted. Oh, Wassereinbruch, Wassereinbruch, Wassereinbruch. Ah, nicht mehr. Das war ja immer das Beste. Es hängt. Es hängt nicht mehr. Ist ja irgendwie so eine Hängepidemie ausgebrochen. Ey, in letzter Zeit hängt's bei allen. Also Minecraft. Ich weiß noch nicht, was die so denken. Hä? Was denn sonst? Jo, keine Ahnung. Traps. Maus. Die Kuchen krümmeln auf meinem Mauspad. Weil das... Vielleicht hängt auch irgendein Buchstabe, man kann nur noch nach vorne laufen, irgendwie. Weil die Salami vom Vortag immer noch drunter hängt. Vor allem die Salami. Ah ja. So eine Salami von der Pizza halt. Ich weiß nicht, wo du da hängst. So, du. Ich grab' hier oben alles mal runter. So, da schwubbeln wir einfach jetzt hier Schicht für Schicht ab. Schwubbeln. Hä? Ich mach' hier unten die ganze Erde. Die geht ersetzt sich durch Cobblestone. Okay. Das heißt, wenn du Cobblestone oder Cleanstone siehst, musst du aufhören zu graben. Okay. Schau, wir haben das Ganze jetzt schon um eins abgetieft. Ich mach's jetzt zu Schichten, weil sonst drehe ich am Rad. Am Rad. Es wird am Rad gedreht. Es muss am Rad... Genau, geh du mal runter und ich baue's zu. Meine Taktik ist viel besser. Ach. Hör gleich. Was hast du denn zu? Kack produziert. Wieso denn? Wieso hab ich kack produziert? Schau mal, wie geil ich das hier schon alles gemacht hab. Da luggelst du nämlich nur so. Jetzt graben wir das ab, dass wir auch sehr Erde sparen. Abgesehen von den Erden, die da in die Tiefe runterstürzen. Best. Und nebenbei graben wir noch ein bisschen Sand ab. Wird schon wieder Nacht. Die Kretzer hat keinen Plan. Das war doch gerade erst Nacht, oder? Ja, normal schon. Warte, ich stell dir gerade mal ein paar Fackeln auf. Oh nein! Ah! Wo kommt das Wasser denn her? Ei, nee du, wir trocknen gerade den Meer aus. Du wunderst dich über das Wasser. So, jetzt haben wir das mal ausgeleuchtet, damit in der Nacht keine Schmocks kommen. Also ich rede dann so von Leuten wie dir, Joshua, weißt du? Ach so, ja. Alter, weißt du, wie schnell das hier geht mit dem Ausbau? Nächsten 20 Folgen hier in dem Erdloch. Ich hab ein Stack Erde in meinem Inventar. Ich baue es mal weg und dann grab es wieder ab. Ich hab mittlerweile meine zwei Stacks fast wieder voll. Joa, du. Wir hätten ja auch einmal für einmal rausschöpfen können. Ah, Masseinbruch. Oh, deiner komischen Technik hier. Die ist geil, meine Technik. Was the best. Ja, Mann, und hier die, der ganze Sand, das ist auch geil. Classic. Uh, uh. Ich liebe diese Atmung. Wie die Atmung. Wie du atmest. Oh, krieg ich mal. What the... Na, wo ist das hin? Krieg ich mal ein Schwert, hast du... Äh, nee. Eine Schaufel. Ich hab nur noch eine. Das ist meine. Also, die benutze ich gerade. Hast du nicht noch eine? Nee. Ach, kannst du nicht machen. Ich geh jetzt. Tschüss. Tschüss. Sprinten, junge Sprinten. Run, Forest. Oh, hier drüben. Hier machen wir, denke ich, auch mal einen dicken Sandstrand hin. Ich mag Sand nämlich. Und hier müssen wir nochmal das komische Tannenholz ersetzen, dann sprinten wir noch schnell. Schnell hier bis zum Ende. Oh, was haben wir denn? Ich hab irgendwie derbe Hunger. Spider-Ei. Nee, das geht nicht. Knochen. Was machst du denn? Oh, guckt Fisch. Wo bist du? Oh, ich hab unseren gekochten Fisch gegessen. Du bist bei uns drüben im Haus. Ja, Mann. Was machst du da? Äh, ich wollte mir eigentlich nur ein neues Werkzeug besorgen. Eine neue Schaufel. Ich mach jetzt eine neue Schaufel. Ich hab keine Stickies mehr. Das war eine Sticky-Verschwenden, die in dem Haus herrscht. So, dann mach ich mir zwei Schaufeln. So, und ich komme schon wieder. Uh, Creeper, Creeper. Oh, nein, nein. Das wird knapp, ich renne einfach. Ah, Rennmodus hat aufgehört. Oh, die ist direkt hinter mir. Ich werde die Wind kommen. Er wird niemals so gerissen sein, mir bis hinten folgen. Ha, da kommt er. Hallo. Dunk. Er ist explodiert, war aber im Wasser. Oh, ich hab's gar nicht drauf, die zu töten. Seit der 1.1 hab ich wahrscheinlich noch keinen Creeper umgelegt. Oh, ja genau, hängt Minecraft schon wieder rum. Das geht doch nicht. Hier, guck dir das an. Wir graben jetzt das ganze Gras hier raus. Und dann wird niemals Gras bis runter in die Höhle wachsen. Ah, da wächst es schon runter. Du hast jetzt in den Runden nicht schon alles fertig gegraben, oder? Doch. Das ganze Wasser hin. Ja, weg. Ist alles ausgetrocknet. Ja, Mann. Übel. Deine Technik ist viel schneller als deine. Ja, was erzählst du? Die einzige... Das hast du nicht gesehen. Wasser. Ach, da war noch so ein Klotz Wasser. Ein Klotz. Ah, da ist auch noch Wasser. Das war ich auch nicht. Nee. Nee, du gar nicht. Ach, scheiße. Ist ja... Bombe das Teil. Wenn wir hier drüber... Wenn wir da drüber irgendeine Fläche machen, wo die Viecher spawnen, brauchen wir unten nicht mal mehr Kakteen. Die verrecken schon von der Tiefe. Meine Schaufel ist kaputt. Cool. Gib mal her. Danke. Ich bin sogar ungenutzt, Junge. Mit dieser Schaufel hat noch nie jemand gegraben. Das ist ja toll. Behandelt sie gut. Als wäre sie deine eigene. Grab doch mal da, Ritchie. Grab doch mal da. Das hat mir gerade runtergefallen. Wo soll ich graben? Komm doch mal her. Grab doch mal da. Meine Maus rät sich, macht nichts. Ah, ich verhungere gleich. Nee, du. Der gekochte Fisch hat mir eben gut getan. So, dann kommt jetzt hier, würde ich sagen, alles kalt, der Stein weg. Wenn man sich irgendwie mit seinen Experience Points Dings Werkzeuge aufcraftet, kann man so einen Cleanstone abgraben. Also, dann kriegst du keinen Kobbel, sondern kannst Cleanstone abbauen. Oder kannst dann zum Beispiel statt den Eisen teilen, diese Eisenblöcke abgraben, so Eisenohre. Das du dir dann hinstellen kannst. Hat zwar keinen Sinn, aber... Und irgendwie soll es, glaube ich, auch gehen, dass man Obsidian oder so so schnell abbaut wie Kobbel oder sowas. Ja, das habe ich auch gehört. So, du. Alter. Wenn das mal nicht leblos ist, was wir hier schaffen. Das ist mir das Beste. Oh, mein Spitzhass. Hast du eine Spitzhacke? Ist ja gut. Ich kann dir aber zwei Stickies geben. Ja, einen habe ich noch. Und ich habe noch Holz. Jetzt machst du dir nur Holz, Spitzhacke. Ich habe da Stickies runtergeworfen. Ich hoffe, du. Du missachtest sie nicht. Nein, Junge, ich habe noch fast zwei Stacks Holz dabei, daraus mache ich mir Stickies. Okay, ich sammle meine Stickies wieder ein, wenn sie eh keine haben. War ja klar. Aber dass sie so unbeliebt sind, wusste ich auch nicht. Oh, oh, meine Spitzhack ist auch schon rot. Tja, musst du mal mit deinen Stickies mal runtergehen. Ich habe keine Eisen. Ach doch, ich habe ja gerade Eisen abgebaut. Oh Gott, das war falsch. So, wir punchen hier die Wand raus, Wand raus, Wand raus. So, so, so. So, ich sage nie wieder so. Ach du Kacke, was trafst du denn an? Alter, ich mache hier so einen Winkel raus. Damit wir hier richtig schön schlank die Ecke hinkriegen. Ja, Mann, der gekochte Fisch, der macht mich satt. Der ist das, was mich satt macht. Das ernährt uns morgen. Ich glaube, Tim sollte mal wieder angeln gehen. Der hatte einen guten Griff da. Bei mir hat nie so einen scheiß Viech angebissen. Du hast es nicht mal probiert. Plastik. Dunk, 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 dunk. Meine Spitzsacke. Ich mache mir einen aus Stein ohne Müll. Du hast doch Eisen. Ich habe auch Eisen. Ja, aber ich habe kein fertiges Eisen. Ja, ich aber. Ich schmeiße dir welche runter. Ich tue hier vier Eisen in den Ofen und dann klappt das. Da liegt drei Eisen. Das ist genau bemessen, ey. Mehr kriege ich nicht. Das ist voll leblössig, was ich mir gemacht habe. So großzügig. Drei Eisen. Da hätte ich einer mehr sein können. Aber nein. Da hätten ja vielleicht sechs sein können für zwei Spitzhacken. Aber ich wollte ja nicht zu großzügig werden. Ah ja. Ah ja. Ah ja, macht sich doch gut. Da oben. Ja man, das kommt dir gleich runter. Pass mal auf. Nee, kommt's net. Wir kommen auch nicht raus. Nee, komm. Was machst du? Ich verschwinde. Ich? Ich verschwinde. Ich baue hier noch den Sand ab und ersetze ihn durch. Oh, Kacke. Über mir ist Wasser. So, genau. Ich baue den Sand ab und ersetze ihn durch Erder. Weil Sand finde ich schöner als Erder. Oh nein, ich hab die Fackel weggekloppt. Oh mein Gott. Was ist denn nur ohne diese Fackel? Oh mein Gott, ey. Wieso ist denn schon wieder Tag draußen? Machst du ja als Time Day oder so. Nein. Daily. Was? Nein. Was passiert denn da? Ich hab nur noch nie gesehen, wie du wieder in das Loch rein bist. Lass mich mal da rüber. Wollst du da raufspringen? Lass mich. Ach was. Sprich. Jo. Jo. Du hast mich gepanischt. Das hat mir vier Herzen gezogen. Das tut mir leid. Das tut's eh nicht. Da sieht's... Alter. Junge. Ich bin fast verhungert. Lass doch... Lass doch mal. Was stotterst du da rauf? Verziehe ich da unten. Dann machen wir es jetzt wieder zu. Das sollte so eine Falle sein. Alter, dass man da so reingeht und dann... Ach da. Ist das der einzige Weg nach draußen und fällt mir da so voll konkret krass rot? Was erzählst du? Mit dem Baum erstmal gleich eingebaut, anstatt den zu fällen. Ja, aber fäll den. Alter, was ist ein Loch. Nee. Und ganz ohne... Ich glaube, das ist das größte Loch, was ich je gegraben habe. Alter, wieso geht das auf einmal immer so schnell? Hast du ne Angst? Cheater. Cheater. Überall Cheater. Sieht sau cool aus. Es hängt. Äh, es hängt nicht mehr. Es hängt. Nee, du. Das ist echt ein dickes Loch. Das ist ein dickes Ding, du. Ich hab keinen Bock, den Baum hier noch weiter wegzukriegen. Gut, aber ich glaube. It's time to say goodbye. Ah, lol. Spring da mal runter. Aus. Da hast ne Spinne. Ey, die jettet mit mir auf Augenhöhe. Junge, ich hab ein Herz. Ohne Müll, du bist tot. Kacke, die Spinne hat mich gebettelt. Ich renne. Ich renne. Ich kann nicht. Ich kann nicht rennen. Oh, das ist alles voll mit Tintenfischen im Meer. Oh, ich hab sie gewusst. Hier muss ich irgendwo hoch. Hier muss es Brot geben. Kacke, Mann. Es gibt kein Brot. Oh, wir haben so viel scheiß Getreide und machen kein Brot. Alter, ich hab noch zwei Futter und... Ich hab nur noch ein Herz. Zwei Futter und dreieinhalb Herz hab ich. Ich kann nicht mehr rennen. Ich glaub, ich mach mal aus, dass die Spieler gegenseitig punchen können. Ich brauch was zu essen, Alter. Da hast du zwei Stroh. Hier, kriegst du 21 Brot. Ich will nicht so sein. Oh. Mein Inventar ist voll. Gut, dann sehen wir uns aber wieder. Fuck, Mann. Ich bin zum Schaf runtergefallen. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Joa. Tschüss. Tschüss.